Hier haben wir eine Spezialitätenwässerung italienisch. Hier gibt es einen Appenativ und da ist dann alles italienisch. Richtig schön eingedeckt, großer Rungertisch. Superschön. Italienisch. Italienisch. Er kommt aus Sizilien. Und hier kriegt man dann ein schönes Menü abends. Sehr gut. Ich würde auf jeden Fall die Spezialitätenwässerungs buchen. Es ist immer schöner, als wenn man im Hauptrestaurant essen muss.